Oh mein Gott Freunde, ich habe den krassesten Play ever gefunden. Nachdem wir letztens schon einen richtig heftigen Play hatten, haben wir jetzt hier den nächsten heftigen Play. Und zwar sehen wir hier schon Surge und der wird jetzt einfach gleich ganz easy den Ball halten natürlich. Ja und der Surge wird jetzt hier den Ball gleich easy halten. Denkste, der nutzt ihm jetzt ein Gadget und chargt am Ball vorbei. Guter Play.